Da! Leute, herzlich willkommen zurück zu GTA. Diesmal hier mit Bauer of Evil, seht ihr schon. Ähm, ja. Diesmal Free Modus. Mal wieder ohne Joy hier. Joy, wenn du das siehst. Bitte. Bitte, man lassen wieder ein paar Minuten Zeit dafür, GTA aufzunehmen. Warum leckt das so? Weiß es nicht. Manchmal leckt es es, manchmal nicht. Hoffentlich sieht man das auch in der Aufnahme. Ja. Hä? Achso, schon gerade beendet. Okay. Hm. Sonst starten wir gleich irgendwas. Weil, ich hab sowieso in letzter Zeit richtig Bock auf Rennen. Ja. Hä? Das leckt voll irgendwie. Naja. Komm. Nicht Karte. Äh, Jobs. Äh, Jobs spielen. Oder, nein, komm. Wir bauen. Ich weiß, wohin wir gehen. Es wird eine lange Fahrt, aber warum ruckelt das so? Fahrgeschäfte. Und dann. Fahren wir mal gemütlich dahin. Hallo, warum nächstes so? Wartet mal kurz, bitte. So. Jetzt hab ich mal das Spiel ein bisschen an, wie sie... Okay. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, warum das hier auf 30... Äh, Grafik nur irgendwas... Ich hab nicht mal was hochgeschüttet oder so. Ihr habt's ja gesehen. Letztes Mal ging's auf wunderbar, aber... Hm. Naja. Muss man wohl ja heute so akzeptieren. Ja. Danke. Sonst irgendwie... GTA oder so neu starten. Okay. Ach, Mann. Sieht so hässlich aus. Ist da jemand? Oder heißt das einfach nur das Haus? So. Naja. Schade eigentlich. Warum ruckelt das manchmal? So. Kann jemand mir das mal bitte erklären? Wäre echt ziemlich nett. Ach ja. Ich hab den Ton mal ein bisschen lauter gemacht. Anscheinend ist es immer noch zu leise oder was? Oh, Mann. Okay. Zack. Ach so. Ja. Radio ist sowieso aus. Jeder kennt den Kronen. Warte. Danke. Insane. Ja. Da sagst du was. So. Komm. Wir tauschen mal die Autos. Guck. Leute. Es ruckelt. Ganz leicht. Manchmal nicht. Warte. Jetzt. Jetzt läuft es flüssig. Ich baue das nur für einen Kilometer. Okay. Tschüss. Ich hab nix gemacht. Gleich bestimmt SMS, dass ich Kopfgeld wieder hab. Okay. Ich da. Okay. Dann. Tschüss. So. Und ich hoffe da ist jemand. So. So. Hallo. Oh ne. Zu früh oder? Ja. Geil. Einfach hier hochfahren. Einfach ne Abkürzung. Ja. What the fuck shit. Genau. Äh. Geil. Neu Ex. Okay. Ist jemand hier? Hallo. Hallo. Jemand da? Ich glaub ihnen geht's gut. Äh. 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 Was? Wie bitte? Äh. Tut mir leid. Äh. 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 Oh ey. Äh. Danke du. Und. Aussprechbarer Typ. Der will Krieg. Okay. Er kriegt den. Warte mal. Ist mir egal. Dass ich den bezahlen muss. Jetzt gibt's Rachel. So. Also. Wer mich tötet. Wird auch getötet. Ja. Woanders. Komm. Hey. Sehen wir noch in ihre Autos? Ja. Ja. Komm. Expedier doch. Die braucht einfach 500 Jahre. Okay. Ich bin hier. Okay. Kommt ich zurück. Oh. Die Slaggen. Ey. Was ist denn hier? Was geht hier? Roter Kreis. Aha. YouTube. Oder was? Oder was ist hier los? Was soll hier sein? Oh. Ich lade mal Job. Ach. Dieses. Hm. Job spielen. Von Roxa. Äh. Rennen. Oder Standrennen. Spielt jemand überhaupt noch was anderes? Zebra? Was ist das? Hat der eine Multiple? Wie, wie, wie? Wat? Okay. Keine Ahnung, wie man die jetzt anhört. Job spielen. Kürzlich gespielt. Äh. Standren. Warner 2000. Ah, ne. Was ist das? Wieder Boost. Ich will keinen Boost. Das ist der, glaub ich, der wieder dieser hochspringt. Ja. Lupin ist auch mit dir. Wie ist das? Ähm. Normal, ne? Spielt das jemand? Guckt, Leute, jetzt auf einmal. Bist wieder 60 FP. Nö. Okay, vielleicht war das der Auflöser. Ja. Wat? Nein, ich. Ich will nicht. Ja. Ich will doch nur, dass GTA wieder als 60 FPS hat. Danke. Freunde? Ach, ne, hab ich nicht. Doch. Ein paar, aber naja. Ein paar sind immerhin zwei, vier, meinte ich. Job spielen. Äh, vier von Rockstar. Ja, guck. Auf einmal mehr. Ich will hier das mal spielen. Nicht immer dieses Raketenauto-Ding da. Jetzt spielt hier jemand das doch. Bitte. Nur für diese Aufnahme. Äh. Ja. Dann beliebiges Rennen und mal wieder Raketenauto-Wetten. Ist echt cool, aber... Wenn man das zu oft gesehen hat. Welches ist es? Oh, doch. Doch, was anderes. Okay. Ist in ein, was. Okay, komm. In 20 Sekunden. Äh, soll ich hier einen Cut machen? Will das rennen? Ja, komm. Na ja, ich würde sagen. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, endlich hat es mal gestartet. Das ist schon wieder 60. Äh, genau. 30. Hä? Was ist denn hier los? Oder ist das so slow? Jetzt ist das mega slow. Jetzt nicht mehr? Hä? Okay. Go! Alter, doch. Guck mal, ein GTA spinnt heute. Alter. Ach ja, wir sind jetzt endlich 16 Leute. Also eine volle Ausrüstung hier. Los, gib mir Windschatten. Los. Alter. Was geht da vorne ab? Nein. Komm. Ah, sehr schön. Okay, tschüss. Alter, doch. Hier so, ey. Alter, was ist da vorne los? Okay. Tschüss. Auch nicht. Äh, hier. Macht nur einen Boost weg, also. Verlangsamt ein. Alter, was ist hier los? Wie viel Runden überhaupt? Keine Ahnung. Hier schneide ich es ja auch. Wird schon klappen. Vanille-Joghurt? Lecker. Na ja, okay. Ich bin kein Joghurt-Fan, weil ich finde, die schmecken immer so komisch. Alter, genau hier bricht das FPS-I-Limit, ey. Wie ein, ja. Boomerang. Oh. Hä? Ach so, ah. Oh. Ich hab LTE eingedrückt. So. Schön Boost holen. So. Hoffentlich. Ne, ne. Ne. Schade euch, da hat jemand drunter. So. So. Schön gelandet. Ey. Hallo. Ihr nehmt noch nicht die Kurve, hallo. Ey. Wartet doch auf mich, ey. Mensch. Auto. Ey. Lass mich nicht im Stich. So. Danke, Nestbooty. Du weißt, was ein wahrer Warta ist. Was machen die da? Auto-catchen? Okay. Fuck. Oh, man. Ich hab echt... Ah, oder? Ach so, LTE eingedrückt. Okay. Äh. Voll vergeigt alles. Hm. Danke. Nur, weil ich es verwechselt hab. Weil jedes Spiel ist A. Spring und dann. Aber A ist der Fallschirm. Okay. Äh. Das war so schlecht, ey. Einfach nur. So. Schön Boost noch geholt. Jetzt könnten die sich da vorne ruhig freuen. Ist auf den ersten Platz. Okay. Komm. Schön. Zack. Und... Boah. Schnell und langsam. Hier wieder. Hallo. Okay. Äh. Ich weiß nicht, was da da war. Zack. Okay. Yay. I can't believe I can fly. Das war falsch, aber ist mir egal. Hey. Hm. Krasser Reim, ey. Gleich aufschreiben und YouTube-Werper werden, ey. Okay. Whisky. Hm. Whisky. Whisky. Doch nicht. So. Tschüss, Vanille-Joghurt. Tja. Hat der super... War der nicht vorhin auf dem ersten? Okay. Warum lässt er sich jetzt so gehen? Okay. Okay. Looping. Ah. Ja. 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 Komm. Schaff's noch. Ja. War klar, dass ich das noch schaffe. Ist voll selbstsicher hier, ey. Ah ja. Hm. Auf den Kopf gestellt, ey. So. Achter. Neunter. Macht dir nix. Ey. Mann. Sorry für diesen Standbild. Das ist immer hier. Dings. Dieses blöde Werbung. Wo sich eine neue Task öffnet, da. Dieses blöde Ding, ey. Ich glaub, ich muss Google Chrome ID installieren und neu. Ah ne, hab ich schon. Dann einfach direkt deinstallieren. Ähm. Ja. Ey. Achso, brauch ich gar nicht. Warte mal. Darf ich das noch? Los. Äh. Gut. Den holen wir uns, ey. Das, was er mit uns gemacht hat, ey. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen, hier. Ey, das, das. Das geht nicht unter meine Haut. Oh Gott. Das geht nicht unter meine Haut. Okay. Ey, ich glaub. Der war unwitzig, Mann. Lach doch nicht, du. Weiß ich was. L-Lionov der Jadai. Alf. L-Lionov. Hm. So. Schön. Strand vorbeiziehen. Ah. Ich weiß nicht, ist das besser von Höhe oder Tiefe? Ich glaub, bei Tiefe, ne? Weil man direkt dann fahren kann, so. Hm. Vielleicht ein bisschen so. Vielleicht ist das so gut. Okay. Ja. Mach dir nix. Mach deinen Motor kaputt. Mach deinen Motor kaputt. Mach deinen Motor kaputt. 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 Naja, okay. Äh. Okay, hat selbst noch begangen. Das ist. Das ist die perfekte Chance. Äh. Weiß ich nicht. Das ist. Äh. Was reimt sich auf Chance? Äh. Äh. Naja. Mir fällt grad nix ein. Vanillejoghurt. Hm. Also nur wenn richtig geil, ne? Vanille. Oh, apropos Vanille. Kennt ihr dieses von Romanze? Dieses Vanille-Eis? Boah. Göttliches. Göttliches Eis. Und das, was du grad mit mir machst, so darfst du nicht. Ja. Komm, vielleicht drehen wir den. Ja, danke. Danke. Wünsch hatten. Danke. Der leckt ein bisschen. Tschüss. Na. Hey, jetzt will der Mindwind schatten, oder? Aber kannst du vergessen. Wie. Wie irgendwas unter der Haut. So. Vielleicht kaputt das. Ich meint natürlich da mal dabei. 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 Daneben springen. Mann. Was war ich da für ein Bullshit? So. Ich krieg mir auch noch Vanillejoghurt. So. Hey. Hallo. Komm. Zieh. Den kriegen wir vielleicht noch. Komm. Sieh schon sein Licht. Okay. Er nimmt. Sehr gut. Guck die. Ja. Bisschen bremsen. Ja. Das hab ich. Super. Komm immer dichter. Komm. Komm. Okay. Jetzt hat er zwar Boost, aber. Vielleicht kriegen wir noch Windschatten dazu. Hey. Warte. 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 Okay. Nein. Vanillejoghurt. Das kannst du nicht machen. Nein. Ich wollte daneben. Äh. Ich wollte hochspringen und da runterfallen. Naja. Ich seh auch. Das reicht. Ne. Ja. Das reicht. Reicht. Wie. Die. Hand. Wisst ihr. Reicht mir die Hand. Reicht wie die Hand. Reicht. Gut. Okay. Ja. Super gemacht. Äh. Fakugamer X. Loyal. Sat. Was that. 145. Oh. Da wollte er noch die 2. Bomb machen. Ja. 18 Minuten daraus. Wird ein paar Sekunden geklattert. Aber relevant. Oh. Mani. 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 Ja. Danke. Danke. Brauchst nicht zu klatschen. Danke. Ja. Dankeschön. Gefällt mir gut. Okay. Dann würde ich sagen. Ich freue mich über ihn. Bis gleich. Und bis dann.